»Knives Out« ist kurz gesagt die Agatha Christie-Hommage, welche Kenneth Brenner mit seinem Orient-Express verwirklichen wollte und in dieser Leichtigkeit aber auch Relevanz nie ganz hinbekam. Denn wo Brenners Poirot mit der ihm eigenen überbordenden Eitelkeit gespielt und in Szene gesetzt wurde, gibt Daniel Craig seinen Benoit Blanc mit nicht identifizierbarem lustigen Akzent und scheint gerade auch in den Szenen latent mit den Augen zu zwinkern, wenn diese in einem virtuosen Money-Shot abgelichtet werden, dass er dabei trotzdem nicht ein einziges Mal parodistisch wirkt, sondern wie ein echtes Schnüffler-Superhirn aus dem Autoren-Superhirn Christie's, liegt zum einen an seinem punktgenauen Spiel, auf welches ich mich jetzt schon in den geplanten Fortsetzungen freue, zum anderen an der geerdeten Welt, in welcher nicht nur seine Figur, sondern auch all die anderen schrulligen Charaktere zu Hause sind. Eben diese Welt ist eben nicht einfach nur ein Plateau, auf welches Rian Johnson seinen nebenbei erwähnt sehr cleveren Houdanit erbaute, sondern klar unsere Realität, in der reiche Bonzen natürlich wunderbare Figurenvorlagen für einen exquisiten Cast sind, der sich mit riesengroßer Spielfreude darin austobt, aber eben auch schwierige Charaktere der Zeitgeschichte, die Fragen aufwerfen, nicht zuletzt soziale. Ja, Johnson interessiert sich sehr für Christie's Krimi-Konstruktionen, Er fragt sich aber zu dem und darüber hinaus, wie diese sich heutzutage in den derzeitigen Zeitgeist einfügen würden, und weil er diese Aufgabe sehr ernst nimmt, landen wir irgendwann zwangsläufig bei monströsen, echten Persönlichkeiten wie Trump, welche auch dann ab einem gewissen Punkt die gesamte Handlung durchwehen, wenn sie nie namentlich genannt werden. Und so ist Knives Out unterm Strich nicht nur eine große, schillernde Liebeserklärung an ein Genre, das durch seine vielen lieblosen Vertreter zur Massenware verkam, was mir immer erst dann so richtig auffällt, wenn eine derart raffinierte Geschichte wie hier um die Ecke kommt, sondern auch der sehr gelungene Versuch, eben diese Geschichte ins Hier und Jetzt zu übersetzen, was dann unweigerlich auch in sozialkritischen Betrachtungen mündet, die aber zum Glück nie Gefahr laufen, in didaktisches, banales Die-da-oben-Kasperle-Theater auszuarten. Untertitelung des ZDF, 2020